Auch wenn bei den meisten Betriebssystemen die Erstellung und Formatierung der Festplatten automatisch erfolgt, kommt es schon mal vor, dass man bei einer Installation die Festplatten selber händisch vorbereiten muss. Das ist für viele ein rotes Tuch, an den sie sich nicht rantrauen. In diesem Video erkläre ich kurz, was es mit der Festplattenvorbereitung auf sich hat, ohne unnötig technisch zu werden. Also, schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen guten Nachmittag! Hier ist wieder so ein Typ im Internet und heute befassen wir uns mal mit dem Thema Formatieren und Partitionieren von Festplatten. Um die Partitionierung und Formatierung zu verstehen, sollte man sich erst mal im Klaren sein, was denn genau passiert, wenn der Rechner eingeschalten wird. Auf jedem Mainboard eines Computers ist quasi eine kleine Standardsoftware installiert und zwar ist es das BIOS oder auch UEFI. BIOS steht hierfür für Basic Input Output System, was auf Deutsch so viel wie grundlegendes Ein- und Ausgabesystem bedeutet. Auf vielen Rechnern sieht das Ganze so aus, wie hier auf diesem Screenshot. Das BIOS ist quasi das Erste, was nach dem Einschalten des PCs gestartet wird. Hauptaufgabe des BIOS ist es, den Rechner betriebsbereit zu machen. Es prüft zunächst, ob alle Hardwarekomponenten, wie zum Beispiel Maus, Tastatur, Festplatten, Schnittstellen und so weiter ordnungsgemäß funktionieren. Danach startet es das Betriebssystem und gibt die Kontrolle an dieses weiter. Auf anderen, besonders auf neueren Rechnern, sieht das BIOS in Anführungsstrichen eher so aus. Sehr schön grafisch gestaltet, mit einer hohen Auflösung und man kann es oft auch mit einer Maus bedienen. Und wie wir hier oben schon sehen, EFI, EFI, das ist eher die Bezeichnung für diese Form der Oberfläche. Die Abkürzung UEFI steht für Unified, Extensible Firmware Interface. Das bedeutet auf Deutsch etwa wie einheitliche, erweiterbare Firmware-Schnittstelle. Das UEFI ist der Nachfolger des BIOS und übernimmt auch die gleichen Aufgaben. Allerdings ist das UEFI im Grunde ein eigenes kleines Betriebssystem, das um folgende Funktionen verbessert wurde, nämlich es hat eine grafische Benutzeroberfläche und Mausbedienung. Es unterstützt auf jeden Fall 64-Bit-Prozessoren nativ ab Werk. Treiber lassen sich hier als Modul nachladen, wie zum Beispiel Netzwerkschnittstellen und so weiter. Und es ist auf jeden Fall kompatibel mit Linux. Allerdings möchte ich auch gleich eines noch vorab kurz sagen, nicht überall, wo ein UEFI-System vorinstalliert ist, sieht das Ganze auch so schön grafisch aus. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass zum Beispiel bei meinem HP-Pavillon-Rechner, den ich ja hier bei mir als normales Setup stehen habe, sieht das UEFI-System ebenfalls aus wie ein altes BIOS. Das heißt, das Optische hat in der Regel nicht unbedingt etwas zu sagen. Allerdings ist das schon ein sehr guter Indikator, um herauszufinden, was man denn im System drin hat. Genügt es einfach beim Start meistens die Entfernen oder F12 oder F10, F2-Taste zu drücken, je nachdem. Und wenn man dann in diesem Firmware-Modus drin ist, wenn man es mit einer Maus bedienen kann, ist es auf jeden Fall ein UEFI-System, kann man es nicht zwangsläufig mit einer Maus bedienen oder es steht hier wirklich überall CMOS-Setup oder BIOS, dann ist es mit Sicherheit ein altes BIOS-System. Übrigens, im Legacy BIOS, so wie es dann auch immer in den Beschreibungen heißt, in dem alten BIOS, lassen sich keine 64-Bit-Betriebssysteme starten. Gut, jetzt wo das BIOS quasi gestartet und das gesamte System initialisiert hat, wird die Festplatte rausgesucht. Hier sieht man schon in diesem Beispiel die Boot-Priorisierung, wird halt die Festplatte zum Beispiel rausgesucht und dann die Festplatte gestartet. Und hier schauen wir uns mal an, wie das Ganze dann aussieht. Und zwar befindet sich auf den meisten Festplatten mehrere Partitionen oder auch eine große Partition. Und beim Anlegen von Partitionen, bevor man eine Partition anlegt, wird man in der Regel gefragt, welchen Partitionsstil man dann haben möchte. Einmal entweder MBR oder GPT. MBR ist quasi das Master Boot Record, das ist der alte Partitionsstil und unterstützt nur bis zu vier primäre Partitionen insgesamt, also vier primäre oder eben drei primäre Partitionen und eine erweiterte und kann maximal zwei Terabyte Partitionen haben oder sogar maximal nur eine zwei Terabyte Festplatte benutzen. GPT ist quasi die neuere Partitionstabelle und unterstützt bis zu 128 Partitionen, wobei eine Partition maximal 18 Exabyte groß sein kann, also entweder Partitionen oder die Festplatte auch. Und um sich das mal kurz vor Augen zu führen, ein Exabyte sind eine Million Terabyte, also quasi 18 Millionen Terabyte. Um das Ganze kurz zusammenzufassen. Wenn du also ein altes BIOS-System hast, einen sehr, sehr alten Rechner und du eine 32-Bit-Installation durchführen möchtest, eines alten Betriebssystems, dann nimmst du am besten MBR, den Master Boot Record. Der ist nämlich zu 100% kompatibel mit dem alten Legacy BIOS. Hast du einen neueren Rechner mit einem UEFI-Firmware, mit einer EFI-Firmware drauf, dann partitionierst du am besten mit der Partitionstabelle GPT. Denn da kannst du nichts verkehrt machen und kannst so viele Partitionen erstellen, wie du möchtest. Kommen wir nun zu den Partitionen an sich. Wenn eine Festplatte dann eingebaut und formatiert werden soll, kommt natürlich die ganz große Frage auf, was soll ich denn eigentlich partitionieren? In wie viele Teile soll ich denn die Festplatte aufteilen? Bei einem alten Legacy BIOS-System, wo ich dann MBR Partitionstabelle habe, brauche ich in der Regel nur eine einzige Partition, nämlich die Primärpartition. Diese belege ich dann auch mit einem Boot-Flag. Das ist das, was hier hinten nachher als Markierung gilt. Das merkt man dann aber auch beim Einrichten dieser Partition, wird dann immer gefragt, soll das Ganze eine bootbare Partition sein und dann wird alles in den Masterboot-Rekord reingeschrieben und somit kommen dann die 32-Bit-Systeme mit einer einzigen Partition aus. Man braucht also sich dann darüber keine Gedanken machen. Das gilt auch für alte Windows-Betriebssysteme, wie zum Beispiel Windows XP in der 32-Bit-Version oder alles, was älter ist. Wenn du ein neueres Betriebssystem installierst, wie zum Beispiel hier Linux Mint, dann bedarf es durchaus die ein oder andere Partition mehr. Denn es benötigt dann eine separate EFI-Partition, also eine Boot-Partition. Die Boot-Partition ist dann wichtig für das Mainboard, um alle Informationen, die zum Starten des Betriebssystems notwendig sind, eben sich zu holen, unter anderem auch den Kernel zu laden. Und wir schauen jetzt einfach mal in eine solche Boot-Partition hinein. So, dazu öffne ich jetzt einfach mal das Terminal und sehe, die Boot-Partition ist SDA1 und dann werde ich jetzt das Ganze mal einfach in meinen MNT-Ordner reinhängen mit SUDO. Da braucht man SUDO-Rechte für. Dann MOUNT. Dann, was ich mounten möchte, nämlich DEV SDA1. Und wohin möchte ich das mounten? Einfach in den Ordner MNT. So, das Passwort eingeben und fertig. Nicht gemeckert, ist auch gelobt. Und jetzt kann ich einfach den Mount-Ordner mal öffnen. Dazu gehe ich hier in das DIST-Dateisystem rein, zu den ganzen vielen Ordnern. Und hier ist ein Kreuz davor. Das bedeutet, ich kann hier auf diesen Ordner nur mit SUDO, also mit Root-Rechten drauf zugreifen. Wenn du die ganzen Ordner hier nicht verstehst, dann einfach mal in meiner Videoliste schauen. Ich habe schon ein Video gemacht zu den Verzeichnissen von Linux und was sie bedeuten. So, jetzt sind wir hier als Root drin und ich öffne jetzt mal den Mount-Ordner. Und hier sind wir jetzt in der Boot-Partition. So sieht die Boot-Partition quasi aus. Und jetzt öffne ich mal den EFI-Ordner innerhalb der Boot-Partition. Und hier sehen wir auch schon, hier sind alle Grub-Informationen drin. Hier ist das Grub installiert. Das ist das Programm, was ganz am Anfang gestartet wird, wenn der Rechner am Hochfahren ist, wo ich dann auch auswählen kann, welches Betriebssystem ich denn starten möchte. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn ich mehrere Betriebssysteme, zum Beispiel Linux neben Windows installiert habe, dann kann ich auswählen, ob ich ein Windows oder ein Linux starten möchte. Diese Informationen befinden sich eben auf der Boot-Partition. Und das ist auch wichtig. Und des Weiteren, wenn ich hier auf Boot reingehe, befinden sich ebenfalls noch ein paar Module, die während des Bootens geladen werden müssen. Des Weiteren befindet sich in der Boot-Partition noch sämtliche Informationen zum Kernel. Hier unten zum Beispiel vm-linus-generic. Das sind quasi die Kernel- Informationen. So, als nächste Partition, die wir hier bei Linux-Mint sehen, ist im Prinzip die Root-Partition. Wenn ich jetzt hier mal aufrufe, das ist das Große hier. Und das wird als Einhängepunkt mit diesem Schrägstrich dargestellt. Und das bedeutet, das ist das gesamte Wurzelverzeichnis. Können jetzt hier mal schauen. Das ist also das gesamte Wurzelverzeichnis. Hier oben sieht man das Ganze. Im Prinzip wird das gesamte Betriebssystem quasi reingeladen in dieses Wurzelverzeichnis. Und hier liegen quasi alle Dateien. In der Regel ist dann dieses Root-Verzeichnis, wenn keine weiteren Partitionen bestehen danach, ist das auch dann das Größte, die Partition mit allen drum und dran. Gut, wie groß sollte die Boot-Partition sein? Hier in diesem Falle ist sie 512 Megabyte groß. Und in der Regel muss es gar nicht so groß sein. Ich weiß, auch bei PopOS wird ebenfalls mindestens 512 Megabyte vorausgesetzt. Das heißt, PopOS prüft bei der Installation auch, dass die Boot-Partition so groß mindestens ist. Ja, und ansonsten bei Windows ist in der Regel die Boot-Partition sogar nur 100 Megabyte groß. Und ich sage mal, zwischen 200-300 Megabyte ist auch überhaupt kein Problem. Das reicht, um Grub und die Linux-Kerne rein zu installieren. Als nächstes kommen wir zur Swap-Partition. So wie wir jetzt hier bei MINT-Linux sehen, gibt es hier keine weitere Swap-Partition. Swap ist quasi der Auslagerungsspeicher und der wird hier bei Linux-Mint in Form einer Datei erstellt. Das heißt, hier bei Linux-Mint wird eine Datei in ein Swap-File erstellt und dieses Swap-File dann entsprechend eingehängt. Swap ist quasi ein Auslagerspeicher und dieser Auslagerspeicher sorgt dafür, dass man zum Beispiel das das gesamte System in einen Ruhemodus reinladen kann, quasi in so einen Hibernate-Modus. Und sobald man das Ganze wieder startet aus dem Hibernate-Modus, werden dann alle Informationen aus dem Swap-File oder aus der Swap-Partition herausgeladen. Eine Swap-Partition war früher durchaus notwendig. Heutzutage ist das gar nicht mehr so wichtig. Bei der Swap-Partition und vor allem auch bei der Größe der Swap-Partition gibt es unterschiedliche Meinungen. Wenn man fünf Leute fragt, kriegt man sechs verschiedene Antworten, wie groß die sein muss. Ich persönlich habe hier so meine kleine eigene Faustregel geschaffen. Wenn mein eingebauter RAM-Speicher kleiner als vier Gigabyte ist, dann erstelle ich eine Swap-Partition mit doppelt so viel Speicher, wie ich RAM-Speicher habe. Zum Beispiel, wenn ich nur zwei Gigabyte RAM eingebaut habe, dann erstelle ich eine vier Gigabyte Swap-Partition. Wenn ich 8 Gigabyte oder sogar 16 Gigabyte und mehr eingebaut habe, dann wird häufig empfohlen, den Swap-Speicher genauso groß zu machen wie RAM-Speicher, da im Hibernate-Modus im Prinzip der gesamte RAM-Speicher in die Swap-Partition reingeladen werden kann. Bei virtuellen Maschinen ist ein Swap-Speicher überhaupt nicht notwendig. Generell ist es absolut freiwillig, ob ich eine Swap-File anlege oder eine Swap-Partition anlege oder nicht. Kommen wir noch zur Home-Partition und sonstigen Partitionen. Oft sieht man auch eine separate Home-Partition oder noch eine separate War-Partition, hier oben, dass der Ordner War auf einer separaten Partition liegt. Auch das sind alles freiwillige Sachen. Eine Home-Partition separat zu erstellen ist durchaus clever, denn so trennt man die persönlichen Daten direkt von den Systemdaten. Die persönlichen Daten werden quasi auf eine eigene Partition gespeichert und die Systemdaten auf einer anderen eigenen Partition. Kommen wir nun noch zu den Dateisystemen. Hier sieht man schon bei Dateisysteme FAT32 EXT4 die Dateisysteme legen quasi fest, wie Dateien überhaupt gespeichert werden und angeordnet werden auf der Partition. Die Boot-Partition sollte immer ein FAT32 Dateisystem sein. Das liegt ganz einfach daran, dass die meisten UEFI Systeme oder auch BIOS Systeme das FAT32 System einfach auch erkennen. Die Root-Partition oder die Hauptpartition eines Betriebssystems, zum Beispiel unter Linux, wird dann entsprechend den Anforderungen formatiert. Welche Formate verfügbar sind, sieht man dann meistens auch auf den entsprechenden Wiki-Seiten des entsprechenden Betriebssystems. Das Standard-Dateisystem für die meisten Linux-Betriebssysteme ist das EXT4, das Extended File System 4. Ein weiteres sehr beliebtes Dateisystem unter Linux ist das BTRFS oder auch ButterFS genannt im Englischen. ButterFS hat einen hervorragenden Vorteil, nämlich es hat ein sogenanntes Copy-on-Write. Es ist ein Copy-on-Write-Dateisystem und das bedeutet, dass es Kopien, beim Erstellen von Kopien, diese Kopien nur dann erstellt, wenn die Kopie sich vom Original unterscheidet wird und dann werden auch nur die Änderungen geschrieben. Das macht dieses Dateisystem extrem effizient beim Speichern. Besonders beliebt ist das BTRFS bei der Nutzung von automatischen Datensicherungen, auch Snapshots genannt, da auch hier bei dem automatischen Snapshotten entsprechend nur die Änderungen des Betriebssystems gespeichert, also gesnapshottet werden und nicht immer wieder das komplette System-Abbild vom Neuen kopiert werden. Ein weiteres Dateisystem, was ich noch erwähnen möchte, ist das NTFS. Das kennen viele direkt von Windows, heißt New Technology File System und ist quasi das properitäre Standard-Dateisystem für Windows. Hier wird quasi Windows drauf installiert. Unter Linux wird NTFS auch unterstützt und jetzt werden wir das Ganze mal in die Praxis umsetzen und ein Linux Mint installieren, wobei wir die Festplatte vorher manuell aufteilen. Das Ganze funktioniert normalerweise auch ganz gut mit diesem Installationsassistenten. Da gibt es ja einen Part, wo man die Festplatten selber auch aufteilen kann. Ich kann das ja mal ganz schnell zeigen. Das brauchen wir jetzt hier alles nicht für dieses Beispiel. So, hier werden dann die Festplatten angezeigt bzw. die Möglichkeiten angezeigt, das Linux zu installieren. Ich gehe jetzt hier auf etwas anderes und dann komme ich hier zu einer Übersicht, wo ich die Möglichkeit jetzt habe, die Festplatten entsprechend zu partitionieren. Das werde ich jetzt aber hierüber mal nicht durchführen. Deswegen beende ich das Ganze und öffne aus der Live-CD von Linux Mint mal Gparted. Das ist denn hier nämlich schon vorinstalliert. Und Gparted ist ein kleines bisschen übersichtlicher und sauberer, was das betrifft. So, SDA, das ist die Festplatte, die wir eben schon gesehen haben, wo das Linux Mint bereits drauf ist. Das möchte ich jetzt aber nicht, nicht, sondern ich habe noch eine zweite Festplatte drin und das ist die SDB. SDB ist noch komplett unangetastet und deswegen ist hier auch ein kleines Ausrufezeichen. So, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, die ich habe. Ich kann die Boot Partition, die EFI Partition hier benutzen. Wir gehen jetzt aber mal davon aus, dass ich diese SDA nicht drin habe, sondern nur die SDB und deswegen werde ich jetzt diese erst komplett neu erstellen, als wenn das die einzige Festplatte ist, die ich eingebaut habe. Als erstes gehe ich auf Geräte und dann Create Partition Table. Bei der Partitionstabelle, das hatten wir eben zu Beginn schon. Hier können wir jetzt aussuchen, ob wir das Ganze GPT oder MBR, das wird hier als MS-DOS dargestellt, schreiben möchten. Da ich hier eine 64-Bit-Installation habe mit UEFI, wähle ich hier GPT aus und anwenden. So, jetzt ist auch dieses Ausrufezeichen weg und jetzt kann ich anfangen mit Partitionieren. Jetzt kann ich meine erste Partition erstellen. Dazu gehe ich hier oben einfach auf das Plus und jetzt kann ich hier mit dem Schieberegler im Prinzip die Größe entsprechend festlegen. Und hier bei New Size lege ich quasi fest, wie groß die Partition sein soll. Jetzt sind wir hier bei 900. Ich werde das Ganze mal 512 MB machen. So, da kann man nichts verkehrt machen. Und rein theoretisch könnte ich jetzt diese Partition hin und her schieben und die hier auch irgendwo in der Mitte anlegen. Das ist aber absolut nicht zu empfehlen. Eine Boot-Partition sollte wirklich immer am Anfang liegen, weil die Festplatte ja quasi auch von innen nach außen gelesen wird bei den mechanischen Festplatten. Ich glaube, bei den SSD-Festplatten macht das mittlerweile keinen Unterschied mehr. Aber dennoch macht es Sinn, die Boot-Partition dahin zu legen, dass sie als allererstes gelesen wird. So, dann bei Dateisystem. Also das ist erstmal eine Primärpartition. Das ist bei GPT auch nicht anders möglich. Also eine erweiterte Partition kann ich nur in MBR erstellen. Deswegen kann das hier so bleiben. Ich kann dieser Partition einen Namen geben. Sagen wir mal Boot oder wir sagen mal EFI-Partition oder Boot-Partition. Und hier lege ich jetzt das Dateisystem fest. Und das Dateisystem ist bei einer Boot-Partition immer FAT32. Dem Ganzen kann ich jetzt auch noch ein Label verpassen. Auch hier sage ich einfach Boot mit Großbuchstaben. Und einmal auf hinzufügen. So, jetzt haben wir hier die Boot-Partition. Als nächstes kann ich sagen, hey, ich möchte doch eine separate Swap-Partition. Wie wir ja wissen, bei Linux Mint wird normalerweise eine Swap-Datei erstellt. Aber wir können jetzt hier in diesem Beispiel einfach mal eine Swap-Partition anlegen. Und wir sagen mal, wir haben eine 4 Gigabyte. Wir haben jetzt 4 Gigabyte RAM verbaut und möchten jetzt entsprechend eine Partition anlegen, die dann zum Beispiel auch 4 Gigabyte groß ist. Da kann ich dann hier einfach 4 Gigabyte nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal 4.000. Das muss man wirklich nicht zu genau machen. Man kann das natürlich auch ausrechnen, wie viel das jetzt wirklich sind. So, 4 Gigabyte sind also 4.000 Megabytes. So, der Partitionsname ist Swap. Das Name belabeln können wir das auch mit Swap. Den Namen und das Label ist absolut freiwillig und überhaupt nicht notwendig. So, einmal hinzufügen. Und jetzt haben wir diese Partition erstellt. So, ein bisschen freien Speicher haben wir noch. 15 Gigabyte. So, werden wir mal eine neue Partition erstellen. Und ich sage, ich möchte eine separate Root und eine separate Home-Partition haben. Das machen wir einfach. Wie gesagt, hier beim Partitionieren machen wir wirklich nur die Kuchenstückchen erst mal aufteilen. Was die einzelnen Kuchenstückchen dann am Ende machen, ist eigentlich hier noch gar nicht so festgelegt. Wir können ja die Hälfte ungefähr nehmen. Das wären dann, sagen wir mal, 10 Gigabyte. Sollten, glaube ich, für die Hauptinstallation ungefähr ausreichen. Das soll jetzt die Root-Partition sein. Sagen wir einfach Root und Root. So, und hier kann ich jetzt aussuchen, welches Dateisystem ich denn haben möchte. Es macht natürlich jetzt nicht viel Sinn, NTFS zu machen. Wir können es auch unformatiert lassen. Ich nehme jetzt aber in diesem Beispiel das Standard-Dateisystem EXT4. Dann einmal weiter. Und jetzt haben wir hier hinten noch knapp 6 Gigabyte Speicher. Das ist wirklich nur eine sehr, sehr kleine Festplatte. Deswegen, das ist ja alles nur beispielhaft. Dann einfach hinzufügen. Hier können wir alles so lassen. Der nimmt hier komplett den gesamten Rest. Und ich sage, das soll die Home-Partition sein. Okay. Und auch hier EXT4 können wir so belassen. So, dann gehe ich jetzt hier einfach mal auf das kleine Häkchen mit Apply All Operations. Denn jetzt hat das erstmal zwar optisch so angelegt, aber noch gar nichts auf den Festplatten drauf, auf die Festplatte drauf geschrieben. Und da werde ich jetzt einfach hier auf das Häkchen drücken. Dann fragt er mich, hey, will ich das wirklich tun? Denn mit diesem Vorgang wird jetzt alles gelöscht, was auf der Partition drauf ist. Und ich sage einfach Jawohl. So, das dauert wirklich nur ein paar Sekunden. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schnell. Und ich gehe hier auf Close. Los. So, jetzt habe ich alles vorbereitet. Hier hinten hat er auch schon die eigenen Flex gelegt. MS File Table Data. Das sind dann die Boot-Partitionen. Das hat er quasi schon erkannt anhand des Dateisystems. Und jetzt sehen wir hier auch schon so diese kleine, dünne, gelbe Linie. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier im Video sehr gut erkennen kann. Das bedeutet, hier sind auch schon Daten drauf geschrieben worden. Das sind nämlich dann quasi so diese ersten Informationen, die schon drauf geschrieben wird, um das Dateisystem zu beschreiben. Gut, jetzt gehen wir mal in die Installation. Wir wollen Deutsch. Weiter. Hier ist Deutsch. Schon ausgewählt. Weiter. Die Multimedia-Kodex brauchen wir jetzt für dieses Beispiel hier nicht. Ich lasse das jetzt einfach mal weg. Und jetzt gehe ich hier auf etwas anderes. Denn die Partitionierung, die Aufteilung der Festplatten haben wir ja bereits selber schon gemacht. Deswegen möchte ich jetzt nicht, dass der das alles nochmal löscht und selber macht. Gehe ich also auf etwas anderes. Dann sucht er jetzt die Festplatten raus. Und ich wähle hier unsere SDB-Festplatte aus. Hier sehen wir, dass alles schon schön vorbereitet ist und schön aufgeteilt ist. Ja, also hier vorne die Boot-Partition, hier die Swap-Partition, hier die Root-Partition und hier hinten die Home-Partition. Wenn ich jetzt hier mit Rechtsklick draufklicke und dann auf Ändern, kann ich jetzt hier festlegen, wie genau diese Partition genutzt werden soll. Und hier sage ich jetzt EFI-System-Partition. Okay. Formatieren brauchen wir es nicht. Das bietet er mir auch gar nicht mehr an. Ganz einfach, weil sie schon fertig formatiert ist. Das haben wir alles eben schon gemacht. Jetzt muss ich bloß dem Betriebssystem noch sagen, hey, so soll das Ganze genutzt werden. So, dann SDB 2. Auch hier Rechtsklick ändern. Und hier hat er schon selber erkannt, dass das eine Swap-Partition werden soll. Okay, perfekt. So, jetzt SDB 3. Das soll die Root-Partition sein, also die Partition für das komplette Dateisystem. Und da kann ich hier sagen, EXT 4 Journaling-Dateisystem. Brauchen wir aber nicht formatieren, deswegen lasse ich den Haken raus, sondern ich sage ihm nur den Einbindungspunkt, Schrägstrich. Das ist nämlich das Wurzelverzeichnis, also das Root-Betriebssystem, das Root-Verzeichnis. Und zu guter Letzt gehe ich noch hier auf SDB 4. Das war unsere Home-Partition. Auch hier EXT 4. Brauchen wir nicht formatieren, haben wir alles schon gemacht. Ich wähle hier nur als Einhängepunkt Home aus. So, das war es im Prinzip schon. Wir haben das Ganze jetzt hier soweit fertig. Und dann gehe ich auf Jetzt installieren. So, hier weist mich Linux Mint, der Installer, nochmal darauf hin, dass ich die Partition SDB 3, also unsere Root-Partition, dass diese zwar mit Root zugeordnet ist, aber nicht für die Formatierung gekennzeichnet ist. Das ist nochmal so ein Sicherheitsaspekt. Damit möchte er mir sagen, hey, dann stelle aber sicher, dass deine wichtigen Sachen wie ETC, Lib, User, Var und so weiter, dass das alles auch gesichert ist, denn das wird jetzt während der Installation alles gelöscht und überschrieben. Und dadurch, dass wir ja die Partition gerade selber erstellt haben, ist da auch noch nichts drauf. Und deswegen ist das für mich völlig in Ordnung. So, hier fasst er das Ganze nochmal zusammen. Die Swap-Partition wird als einzige jetzt nochmal formatiert, weil die haben wir noch nicht formatiert, sondern nur als Swap-Partition festgelegt. Und hier sagen wir weiter. Und ja, jetzt installiert er im Prinzip. Dann können wir hier im Prinzip dann unsere Sachen schon mal weiter ausfüllen, was wir denn so brauchen. Und dann warten wir mal, was passiert und werde dann gleich im Anschluss an dieser Installation quasi automatisch den Rechner neu starten lassen und in unsere neu erstellte Linux-Mint-Umgebung einfach mal reinbooten. Und der Rechner wurde nun neu gestartet und hier habe ich mich jetzt schon in die neue Installation angemeldet. Dann schauen wir mal, wie jetzt unsere Festplattenbelegung hier aussieht. Dazu einfach das Programm Laufwerke öffnen und hier sehen wir, jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen üppiger aus. Ich habe hier die Boot-Partition, in die haben wir uns ja eben reingebootet quasi. Hier haben wir jetzt die Auslagerungspartition, also eine eigene Swap-Partition. Dann hier unser Root-System. Anhand dieser Linie hier oben sehen wir, wie viel Daten sich jetzt auf dieser Partition befindet. Das ist schon ziemlich voll und hier sehen wir es quasi fast nichts. Das ist unsere Home-Partition. Und so ist das Ganze jetzt aufgeteilt worden. Ansonsten hat sich nicht allzu viel geändert, was die Struktur der Ordner betrifft. Außer mit dem kleinen Unterschied, dass es jetzt keine separate Swap-File mehr gibt. Denn wie gesagt, wir haben ja eine eigene Swap-Partition hier erstellt. So einfach ist das also mit dem Partitionieren und Formatieren. Das ist also überhaupt kein Hexenwerk, wenn man einmal verstanden hat, wie das Ganze funktioniert. Also probier es ruhig selber mal aus. Erstelle eine virtuelle Maschine und spiele ein bisschen mit den verschiedenen Partitionen und Formatierungen etwas rum. Denn nur wenn man Fehler macht, kann man auch was lernen. Benutze dazu natürlich nicht dein Produktivsystem. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Dann bin ich ja nur so ein Typ. Ich bin ja nur so ein Typ. QUI- Untertitelung des ZDF, 2020